Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Arno 1800 im Multiplayer und in der Closed Beta. Bei mir ist wieder der Jack. Grüß euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mal gucken, hoffentlich läuft's jetzt, oder? Genau, wir haben jetzt quasi dreimal oder so neu starten müssen, weil der PC irgendwie, also das Spiel abgekackt ist. Mal schauen, ob's jetzt geht und wir fangen gleich mit der Schule an. Genau, mal gucken, ob ich dieses Mal Gebäude einreißen darf, um die Schule zu bauen. Vorhin durfte ich ja nicht. Ah, die, die Schule ist schon süß, so die, die ganzen kleinen Kinder mit, mit den Luftballons. Die bekommen Luftballons in der, in der Schule. Boah, weißt du, was ich jetzt mache? Ich setze die Schule direkt neben den Pappen. Okay. Die passt da nämlich, glaube ich, auch perfekt rein. Mhm. Warte, ich komme jetzt. Oder? Das Construction Blocked, why? Achso, sie passt doch nicht perfekt rein. Oh. Ja, gut, aber wenn ich da vorne dem, wenn ich diese Straße abreiße, spielt es eigentlich keine Rolle. Okay, aber es wirkt vielversprechend. So. Die Kinder haben's auf jeden Fall nicht weit bis zum Gottesdienst. Das ist die Hauptsache. Gut. Ähm. Ach, komm. Ach, komm. Wow, echt jetzt. Wirkt aber, gut jetzt. Also das, äh. Ja, was echt jetzt? Wie, wo, was? Mein Nachbar fängt an, in der Wand zu bohren. Ich hoffe, dass... Hört man im Video nicht. Also, ich höre es nicht. Okay, also ich kann jetzt eine Expedition starten. Okay, also du hast abgegradet. Ja, vier Häuser. Aber, ähm, das ist halt sau teuer. Jedes Haus kostet zwei, ähm, zwei, na? Ziegel? Äh, nee, äh, zwei Eisen. Also zwei Stahl. Voll heftig. Ähm. Echt? Ja. Okay. Ähm, ich kann jetzt irgendwas mitbringen, aber ich weiß nicht, was. Ich nehme mal ein paar Fische. Genau. Ah, Rationen. Hm. Items. Exchange. Ha. Ich höre es dir. Okay. Ähm, nehmen wir nochmal 20 Fische. Da, äh, da ein bisschen, äh... Ja, das, das, das muss reichen. So, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ne? Okay. Also, oh, jetzt, äh, wollen, also die Neuen, wollen, ähm, naja, Dosenfutter, eine, ähm, Maschine, äh, Gewänder und eine Universität. Äh, nee, Maschine. Hm. Krass. Da kommen wir ja jetzt bald wirklich, äh, und, äh, ich kann, ähm, Fenster auch bauen. Warte mal. Äh, Fenster, was braucht die? Das Sandmine. Glasmaker, äh, Holz. Ja, okay, das, das geht hier. Häufig ist bei dir noch? Ja, bei dir nicht mehr? Nee, mir ist gerade der PC abgeschmiert. Echt jetzt? Hä, aber bei mir läuft's nur. Prost fressen, ey. Prost essen. Ah, bei mir wird angezeigt, dass du, ähm, jetzt, Uplay spielst. Vielleicht kannst du einfach rein switchen. Das wär ganz cool, ja. Alter. Also, man, man kann so einen fetten Park machen mit, mit Garten und, äh, vor, also, äh, äh, Alter. Voll geil, ja. Okay, natürlich schon mal kurz rüber. Wie geht's denn meiner zweiten Insel? Äh, das ist echt komisch, weißt du, komplett ohne Vorwarnung diesmal einfach, hau ab. Einfach weg. Ja. Ja, das ist ja sehr seltsam. Ja, vor allem, weil das in letzter Zeit echt häufig passiert. Also, ich muss mal gucken, eventuell brauche ich irgendwie einen besseren Viren-Scan oder so. Ähm. Weil, nee, ich müsste dich re-inviten. Okay. Ähm. Oder warte, ich probier mal Multiplayer. Oder, warte mal, ähm, vielleicht... Nee, Quick-Join geht auch nicht. Warte, für... Kannst du mich einladen, vielleicht? Ähm, ich wüsste... Newspaper? Ich wüsste nicht, wie... Warte, das ist echt... Mal kurz bei Friends... Warte mal. Invite to Game kann ich bei dir machen, aber... Warte, ich schau mal, ob ich's bei dir machen kann. Discord hat eine 105-Megabyte-Leitung. Als Hintergrundprozess. Google Crash-Händler, was auch immer du bist. Hier Patch-Service. Wolltest du... Nvidia und so brauche ich alles. Obwohl, warte... Was bist du? Ich hab doch gerade irgendwas gesehen bei Nvidia. Nvidia... Warum... Warum zur Hölle? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Warum hab ich fünfmal einen Nvidia-Container? Ähm... Die alle unterschiedlich viel... ...brauchen? Die aber alle was brauchen. At least you have a few rough edges. Ähm... Weil... Weil... Ausgründen? Meinst du, es stört, wenn ich was davon beende? Hm... Ich weiß nicht. Also Nvidia ist eigentlich... Halt die Grafikkarte, ne? Ja. Das wär eigentlich... Ich schau mal kurz... GPU-Auslastung 17%. Das ist eigentlich auch kein Problem. GPU-Play-Launcher. 64 GB. Wargaming.net... 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 Das brauch ich überhaupt nicht. Hm... Ne... Nicht wirklich. Windows Defender... Windows Defender Notification... Warum ist da ein Ausrufezeichen dran? Du kannst aber gerade spielen, oder? Ja, ich kann gerade spielen. Ich hab zwei fucking Virenprogramme drauf, die keine Viren finden. Heißt, da kannst du nicht liegen. Und eine Windows Firewall. Ja, wenn man zu viele hat, die, äh, ja... Die... Tun sich auch gegenseitig, ja. Ausbremsen. So. Gut. Ich habe gute Hoffnung aus Gründen, die mir gerade nicht erklärlich sind. Ja, ich habe gute Hoffnung aus Gründen, die mir gerade nicht erklärlich sind. Pity the workers, when I think of their dreary struggle, I know how fortunate I am. So, game saved. Very good. Ja, ich hab auch einfach echt gar keine Ahnung, warum es nicht so einfach funktioniert. Ja, du hast ja schon so viel gespielt auch. Ja, und vor allem auch so viel, was eigentlich viel mehr Leistung erfordert. Also ich mein, nimm For Honor. Das sollte eigentlich so viel mehr brauchen. Aber aus Gründen tut's das wohl nicht. Ja. Ach ja. Hm. So, wie sieht denn das mit euren Bedürfnissen aus? Also ist jetzt alles wieder in Ordnung? Ich überwache gerade nicht, aber ich spiele jetzt einfach und hoffe, dass alles in Ordnung ist. Okay, alles klar. Gut. Dann können wir ja auch wieder quatschen, ne? Ja. Ja, genau. Also ich hoffe jetzt, dass alles geht und nicht nochmal was abstürzt. Sollten wir eigentlich... Wir müssen nicht nochmal anfangen, oder? Du hast ja die ganze Zeit aufgenommen. Ja, ich mach, glaub ich, nen Cut da, wo ich dich versucht hab einzuladen und so weiter. Jo. Okay. Okay, also. Weil sonst sehen die ja deinen Namen und so. Oh. Mein Gott. Okay. Ja, schon schlimm. Also ich mein, die sehen sie ja auch nicht in Game oder bei Borderlands oder... Oh Gott, der klingt, äh, schwul. So. Also ich brauch nochmal Wolle. Oder warte, ich will mal kurz gucken, wie sieht das hier aus mit Wolle? Die arbeiten eigentlich alle gut. Wie sieht das bei euch aus? Ihr habt mittlere Auslastung. Es wäre eigentlich ein bisschen kacke da jetzt durchzuziehen, aber... Obwohl eigentlich ist egal. Was brauchen die denn? So, ich brauche mehr Arbeiterkleidung. Die brauchen eigentlich... Kann ich das bei euch irgendwie neu laden? Achso, warte, du bringst für den, du bringst für den, du bringst für den. Heißt damit den irgendwer beliefert? Oder holt er sich die Wolle aus dem Warenhaus? Scheint so. Wenn zu viel Wolle da ist, bringen sie es ins Warenhaus und er gönnt sich von da. Mhm. Das zum Beispiel finde ich cool, die Fabriken haben jetzt auch eigene Karren. Mit denen sie irgendwie arbeiten, so. Okay. So. Wie viel muss ich denn noch? Ja, you need something first. Dann, uh... Dann, uh... I'll give you something first. Uh... Hä? Oh! Nein! Was denn? Wirklich, schon wieder... Okay, ich glaube, ich muss auch noch eine Feuerwache neben die Schnapsbrennerei setzen, weil es... Achso. Ich dachte, das wäre wieder abgekackt. Nee. Nee, das zum Glück nicht. Krass. Also... Man... Bei der Expedition muss... Alter, ich... Ich mach mal, äh... Den Sound... Äh... Nein! Was? Was? Detected. Hä? Okay, wait, 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 wait. Es kann sein, dass ich... Arno einfach... Nochmal richtig... Aktualisieren muss, oder so. Weil er connectet uns gerade neu. Also mir wurde gerade gesagt, äh... Irgendwas mit Data Delected. Ja, bei mir auch. Genau. So nach dem Motto... Ja, ähm... Flagship awaiting instructions. Dein... Ganzes Dingens hier... Ist... Äh... Einfach nicht richtig gewesen. Ich weiß nicht genau, was da stand. Ich hab's nicht lang genug gelesen, oder nicht genau genug gelesen, nicht gut genug verstanden, wie auch immer. Und jetzt hat... Hangsville wieder, und jetzt macht er wieder das gleiche. Recover, continue. Hä? Was geht denn da los? Was ist heute mit der Aufnahme los? War in der Zwischenzeit nochmal irgendwie ein Update oder so, das wir nicht mitgekriegt haben? Naja, Ben haben wir jetzt nicht mitbekommen. Ja? Aber ich... Ich glaub nicht. Weil... Also jetzt gerade ist es ja wirklich nur, er schmeißt uns raus... Und schickt uns wieder rein. Und dann... Schickt er uns wieder raus. Also kickt er uns wieder, und dann schickt er uns wieder rein. So... Bisschen... No hand like. Hm. Wie jetzt? Du hast keinen Weizen. Du beziehst doch Weizen von da. Wo bringst du deinen Weizen hin, wenn du ihn irgendwo hin bringst? Gar nicht. Du hortest. Flagship ready for orders. Hey lol, warum werden mir jetzt die Routen nicht angezeigt? Ja. Wie jetzt? Was ist das? Was ist das? WTF ist jetzt passiert? Hm. Ah. Warte. Du wurdest rausgeschmissen? Ja. Warte. Oh nein. Warte. 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 Warte.